Hallo liebe Trader, mein Name ist Mario Steinrücken, ich bin auch Trader und ich möchte euch heute etwas über den Währungshandel erzählen, beziehungsweise wir gucken uns drei Währungspaare an, die aus meiner Meinung, aus meiner Sicht der in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen interessant werden für mögliche Trading Ideen. Und bevor wir damit starten, abonniert den Kanal von Finanzmarktwelt, abonniert auch gerne meinen kleinen Kanal Mario Steinrücken, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helft, den Kanal ein bisschen wachsen zu lassen. Und jetzt würde ich sagen, Kamera aus und Währungshandel an. Starten möchte ich mit dem Euro gegenüber dem britischen Fund, die britische Notenbank hat gerade getagt, aber im Grunde wie die EZB haben sie ja schon sämtliches Pulver verschossen. Deswegen schauen wir uns die Chart-Technik an, wie es hier aussieht und im langfristigen Bild sehen wir so ein Unterstützungsniveau hier im Bereich 0,83 Pfund. Und wenn wir da mal zurückblicken, im Jahr 2016 wurde auf diesem Niveau aufgesetzt, nochmal aufgesetzt, im Jahr 2017 aufgesetzt und jetzt 2019 plus kurz vor dem Corona-Debakel. Das Unterstützungsniveau stellt die große Range-Unterstützung da. Dann haben wir den Range-Widerstand im Bereich 0,93 britischen Pfund. Hier eigentlich nur zwei Auflagepunkte, ziemlich genau aufgesetzt im Jahr 2017, 2019. Dann hier, das war ein Fehlausbruch. Aber sowas sieht man häufig und merkt euch das. Für die Zukunft, wenn ein Markt, egal um welchen Markt es sich handelt, Aktien, Währungen, Indizes, wenn wir von einem markanten Verlaufstief ansteigen und über ein markantes Verlaufs hoch ausbrechen, dann ist das häufig ein Fehlausbruch. Deswegen merkt euch das gut, wenn ihr sowas seht. Ihr seid long, baut Position ab. Wenn ihr sowas seht, ihr seid nicht positioniert, schaut, ob ihr einen Short-Einstieg findet. Denn da sieht man dann häufig einen Fehlausbruch. Und was passiert nach einem Fehlausbruch? Da geht es heftig schnell in die entgegengesetzte Richtung. Und das haben wir hier im Euro-Britisch-Bound gesehen. Nun notiert das Währungspaar aber wieder an einem breiten Unterstützungsniveau. Und schaut euch diese Marke mal an. Immer wieder wurde die angelaufen. Nicht in Perfektion, aber dennoch hat dieser Bereich immer wieder für Gegenbewegungen gesorgt. Und aus diesem Grund sehe ich auf dem aktuellen Niveau ganz gute Chancen, dass wir wieder ansteigen. Zumindest, und jetzt gucken wir mal, hier im Bereich 0,90 bis maximal 0,91. Man sollte ja nicht immer so das letzte Fitzelchen aus der Zitrone rausquetschen, rauspressen. Deswegen mal in diesem Bereich auf eine Gewinnmitnahme setzen. Kurse unter 0,8650 möchte ich hier jetzt aber allerdings nicht mehr sehen. Wir sehen hier eine schöne Bodenbildung. Und jetzt muss hier mal langsam Kaufdruck nach oben entstehen. Wir bleiben beim British Empire. Und wir schauen uns das britische Fund gegenüber dem US-Dollar an. Und hier sehen wir eine Doppelunterstützung im Bereich 1,20 bzw. 1,19 bis 1,20. Und dann hier im Bereich 1,21 bis 1,21, 1,21, 1,90. Hier hatten wir mal mehrere Verlaufstiefs aus den Jahren 2016, 2017. Dieses Niveau wurde 2019 noch mal angelaufen. Plus später im Rücksetzer bestätigt. Im Corona-Crash wurde das Niveau unterschritten. Bis 1,14 ging es runter und dann aber raketenmäßig wieder nach oben. Und auch hier haben wir wieder schnell runter und schnell wieder zurück in die vorherige Range. Das riecht nach einem Fehlausbruch. Denn wenn wir hier weitere Schwäche gesehen hätten, dann wären wir irgendwo im Bereich des Widerstands abgeprallt und schon nach unten gelaufen. Jetzt sind wir aber zurück in die Range gelaufen, bilden hier Value und das ist ein starkes Zeichen. Rücksetzer auf dieses Unterstützungsniveau. Vielleicht sehen wir die in den nächsten Tagen noch. Und hier eine Stabilisierung. Haben wir eine gute Chance, dass wir weiter anziehen in Richtung des nächsten Widerstandes 1,32 bis 1,34. Auch hier sollte man nicht den letzten Krumen rausquetschen, sondern im Bereich des unteren Widerstandsniveaus gleich schon mal einen ersten Teilgewinn realisieren. So zumindest meine Vorgehensweise. US-Dollar, kanadischer Dollar als nächstes. Und ja, das ist fast noch mein Favorite hier momentan unter den Dreien. Wir haben ein Unterstützungsniveau bzw. altes Verlaufshoch hier im Bereich 1,38 und jetzt zuletzt Anfang des Jahres von 1,30 nach oben durchgelaufen. Nachdem wir uns hier längere Zeit knapp unter dem Widerstand aufgehalten haben. Und wenn man sowas sieht, eben haben wir mal gesagt, von einem Verlaufstief, das wäre irgendwo von hier unten 1,20, 1,20 mal 2 und 20, wenn man da nach oben gelaufen wäre, da hätten wir mit einem Fehlausbruch rechnen müssen. Wenn wir aber vor so einem markanten Verlaufshoch eine Seitwärtsbewegung sehen, dann nach oben ausbrechen, dann ist das ein starkes Zeichen. Rücksetzer sind kaufenswert im Bereich. Und hier sehen wir schon, altes Verlaufshoch wurde noch nicht mal ganz angelaufen. Wir sehen aber, dass kaum Verkaufsdruck nach unten entsteht. Die Käufer akkumulieren hier Positionen, so sieht es momentan aus. Und das spricht dafür, dass wir bald weiter nach oben ziehen. Also Trendfortsetzung sehen können in Richtung 1,46 ist das nächste Ziel. Wenn der nötige Druck da ist, sehen wir vielleicht sogar Kurse darüber. Aber auf diesem Niveau kann man durchaus auch schon mal wieder über eine, zumindest eine Teilgewinnmitnahme nachdenken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Mario Starnrücken hilft mir, den Kanal noch so ein bisschen zu pushen. Ich danke euch und wir sehen uns am Wochenende wieder.